Und dann begrüße ich euch ganz herzlich zum dritten Teil mittlerweile von Death's Door. Wir haben es jetzt einmal am Donnerstag und am Samstag angespielt. Ich groove mich so langsam rein. Am Donnerstag hatte ich noch so das Gefühl, oh ja mal gucken, könnte sein, dass wir es vielleicht doch abbrechen. Aber nach gestern würde ich sagen, bin ich schon eher auf dem Punkt, dass wir es, je nachdem wie es noch weitergeht und sich jetzt nicht irgendwie arg verschlechtert oder so, denke ich schon durchspielen werden. Und ich bin gespannt wie es weitergeht, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe schon fast ein bisschen Schiss, dass ich dann nach der Session heute gar nicht bis Donnerstag warten möchte, um es weiter zu spielen. Mal gucken. Ich muss mich gerade überlegen, wo waren wir denn zuletzt? Achso, wir sind, ja okay, wir müssen jetzt diesen ganzen Keller nochmal neu machen. Oder? Ne, ach shit. Oh, nein, jetzt fahren wir wieder hoch. Dammit. Muss ich gleich wieder runterfahren. Okay, da konnten wir dann leider wirklich nicht speichern, was auch meine Vermutung war. Da müssen wir den Part jetzt leider nochmal wiederholen. Ich hoffe, ich kriege ihn einigermaßen schnell hin. Damit wir hier jetzt nicht zu viel Zeit verplempern für Sachen, die wir gestern schon gemacht haben. Aber hier war glaube ich nix. Vielleicht für mich ja nochmal ganz gut die Sachen zu wiederholen. Ich weiß, dass hier irgendwo war was. Unten war glaube ich nix drin. Da können wir scheinbar irgendwie dann, weiß ich nicht, ich weiß immer noch nicht, ob diese grauen Dinger da im Boden die dann irgendwann hochfahren lassen kann oder so. Ich glaube, ob wir einen Greifhaken kriegen, um da rüber zu kommen. Also ich glaube hier war einmal im Kreis fahren irgendwie, damit wir was kriegen. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Achso, das hat er sich doch scheinbar schon gemerkt mit den Flammen hier. Und hier war doch glaube ich so ne Seele drin. Hier sind die ganzen Tore wahrscheinlich auch schon offen. Gehen wir hier einfach durch. Jetzt vermutlich auch die Hexe und der Pottkopf schon weg. Ja, ich meine das würde ich dem Spiel jetzt nicht unbedingt ankreiden. Es gab halt keinen Speicherpunkt. Ich bin halt einfach rausgegangen aus dem Spiel ohne irgendwie zu speichern in dem Sinne. Von daher ist das schon meine Schuld. Ich hätte noch weiterspielen sollen bis ein Speicherpunkt kommt oder bis ich vielleicht wieder aus einer Tür rauskomme oder so. Ne, dafür kann das Spiel nix, dass ich nen... Also klar, es gibt natürlich Spiele, die das dann einfach machen. Wahrscheinlich ist auch nach diesem Ding hier ein Speicherpunkt direkt. Es gibt natürlich Spiele, die das machen, die permanent speichern und so, aber... Ja, vielleicht hätte ich auch nur hier in die Tür reingehen müssen. Vielleicht hätte es dann schon gespeichert. So, ist das jetzt hier irgendwie giftig oder... Ach, hier ist auch die Tür, wie ich grad meinte. Ja. Das weiß ich auch nicht, Potterhead. Aber Englisch ist auch fein. So, okay. Also, das hatten wir bis hier, haben wir alles schon gemacht gestern, Potterhead. Deswegen bin ich jetzt hier auch grad ein bisschen durchgerannt. Jetzt sind wir wieder in neuen Gefilden unterwegs. So, jetzt ist auch der Rauchmann auch wieder da, um etwas Neues zu erzählen. Ich bin entschuldigt. Es war so, dass die Welt, du weißt, stagnant geworden ist. Keine neue Seelen sind gemacht, das bedeutet nichts, um zu bereiten und keine Rewarden für uns. Haben wir denn überhaupt Seelen zum Ausgeben? Oh, wir haben sogar ordentlich Seelen zum Ausgeben. Dann, wenn wir schon mal hier sind, lasst uns doch mal... ...was kaufen. Aber das 800er können wir uns noch nicht leisten. Wir könnten uns den zweiten Dodge-Dingsel rausholen. Ich weiß nicht, ob ich auch die Range-Powers irgendwie... ...da warten wir. Ach, ich glaube, ich warte auf das Damage-Upgrade. Ich glaube, ich will als erstes erstmal Damage-Upgrade machen, weil das mache ich am häufigsten. So, wir müssen vermutlich die ganzen Öfen hier aktivieren, damit dann diese Plattformen sich anfangen zu bewegen oder irgendwie befeuert werden. Hier ist so ein Riesen-Blob in dem Kanister. Könnte ich irgendwie so eine Super-Rolle machen um die Ecke. Jetzt können wir tatsächlich auch gegen diese Blobs kämpfen. Das ist ein Crossover zu World of Goo. Das sind quasi die klassischen Slimes. Brennen die auch? Oh, der Feuerball, der hat sogar... Hier ist sie. Krass. Ja, die sehen echt aus wie aus World of Goo. Natürlich weiterhin auf Secrets achten. Nichts übersehen. Ich bin schon ein bisschen geneigt, das Spiel auch irgendwie... Im Moment habe ich irgendwie das Bedürfnis, das Spiel auch durchzuspielen in dem Sinne. Oh, das ist der Potterhead. Wo war der Potterhead? Wo war der Potterhead? Ist der unten wieder durchgefahren? Oder... Achso, das meinst du? Den Gegner. Ich habe den jetzt schon so hart mit diesem Charakter verbunden. Den Hauptcharakter... Oh, was ist denn hier los? Hätten wir hier etwa von anderen Rabenfiguren, Charakteren angegriffen? Oh shit. Oh kacke. Was will ich das denn jetzt machen? Kann das sein, dass ich hier drauf gehen werde? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. der greift sich auch selber an das ist aber nett dass er mir hilft das war jetzt ein bisschen fies oh shit der explodiert auch noch ok wir haben es zwar überlebt aber wir sind wieder auf 1 hp runter kriegt man auch irgendwann so einen wasserzauber um diese pflanzen hier nochmal zu zu aktivieren ich glaube jetzt nicht dass wir direkt nochmal dass wir jetzt nochmal was zum heilen kriegen die musik ist auch so dramatisch der feuerball macht es bei denen echt ganz gut die so durcheinander laufen oder hintereinander kriegt auch direkt so ein bisschen phalanx vibes von demons souls ich hab mir jetzt ja mal diese doku angeguckt zu demons souls zur entstehung und das sieht schon echt nice aus ich hab echt so bock wenn ich dann irgendwann wenn irgendwann mal der punkt kommt dass ich eine ps5 haben sollte oder demons souls irgendwie für ein pc rauskommt oder so ich hab schon arg Bock das zu spielen ey das sieht so nice aus und guten morgen liebe Lee wie geht es dir trotz der doofen umstände und danke für die punkte für das community goal werden wir es vielleicht doch noch schaffen muss der andy jetzt seine ganzen punkte investieren ok wir sind geheilt warum ist da dieses dingen wie soll ich da drauf kommen ja mir geht es auch ganz gut super viel eigentlich habe ich super viel geschlafen ich fühle mich zwar immer noch komplett müde aber ich hab das Gefühl das war mal ganz schön ich bin hier irgendwie so aber was ist mit dem da was soll der mir denn sagen jetzt ist auch nur ein hinweis dass ich nach da hinten gucken soll oder so ich schlafe in letzter zeit super wenig irgendwie also ich ich dachte ja ich würde wenig schlafen weil ich halt weil ich halt immer so müde bin aber vermutlich liegt das mit dem müde sein und was anderem vielleicht habe ich auch irgendeinen Mangel an irgendwas dass ich deswegen immer so müde bin vielleicht ist das auch einfach related to corona oder home office oder so aber ich könnte einfach die ganze zeit schlafen Mangel an lebensfreude perhaps okay das ist wahrscheinlich auch ein shortcut ne wenn wir hier jetzt durchgehen kommen wir bestimmt in so einem bogen irgendwann wieder raus was schlafen die ganze zeit was habe ich verpasst ach einfach nur müdigkeit ohne ende ist da so ein kleiner blobel in dem in dem dinge drin oh riesen blob wo will er denn hin so aus als hätte er irgendwie oh er will er zum feuer oder was der ist irgendwie gar nicht in meine richtung gesprungen ne ich bin nicht ich bin nicht viel am schaffen woher die müdigkeit herkommt müsste ich auch gern weil ich kann eigentlich gar nicht so müde sein so viel wie ich schlafe nein oh das war dumm hab ich den den bomber direkt auf mich zulaufen lassen ne das ist schon länger her mit dem impfen und ich war auch schon vor dem impfen dauer müde kann mich dreimal am tag auf die couch packen vielleicht liegt es so einfach am alter wer weiß ja bewegungsmangel es könnte auch sein es könnte auch irgendwie vitaminmangel sein oh scheiße hey hey jetzt will der große auch mit kämpfen ja guten morgen parki hallo wie gehts wie stehts erstmal beim hausarzt ein großes blutbild machen der sieht dann ob dir was fehlt und ob das was nicht da sein soll kann ich schlafen kostet sich ja nichts ja müsste ich mal machen und guten morgen piki hallo gehts dir auch gut ja das wäre jetzt auch mein erster gedanke zum arzt mal ein blutbild machen aber dafür muss ich mir erstmal einen arzt organisieren ich bin noch kein hausarzt etwas wenig schlaf nein das ist wieder so ein schütze nein das ist wieder so ein schütze sekunde mag noch jemand einen kaffee? ne ich nicht danke ja mir gehts gut dank und selbst mir gehts eigentlich auch gut außer über die müdigkeit über über die außer die müdigkeit über die wir gerade sprechen eieieieiei vielleicht trinke ich mal einen schluck wasser weil am anfang dachte ich ich schlafe immer zu wenig weil ich brauche ja in der regel so acht stunden oh scheiße acht stunden schlaf um mich ausgeschlafen zumindest war das früher so ist natürlich die frage ob das überhaupt immer noch so ist oder ob sich da auch irgendwas geändert hat wo ist denn der dud hin? ist hier nicht gerade ein dud rumgerandelt? aber dann ist mir aufgefallen dadurch dass anki ja immer recht früh ins bett geht weil sie früh raus muss gehen wir ja meistens so zwischen 10 zwischen 10 und 11 ins bett und dann schlafe ich weil ich hab halt gedacht normalerweise schlafe ich halt immer bis 8 uhr aber ich bin halt auch meistens früher immer erst um 12 ins bett gegangen was halt sinn macht aber wenn wir jetzt um 11 oder manchmal sogar um 10 ins bett gehen macht das ja eigentlich gar nicht so schlimm dass ich dann so zwischen 6 und 7 aufwache aber für mich war das irgendwie so komisch vor 8 uhr oder halt dann noch manchmal vor 7 uhr wach zu werden und nicht mehr schlafen zu können aber ich hab ja eigentlich trotzdem meine 8 stunden geschlafen also eigentlich sollte das ja fein sein sooo Kaffee mit Milch, Zucker, Vanille, Eis, Eiswürfel und oder Sirup heieiei volle Programm wie hat sich jetzt ein Hotspot gemacht? Corona Hotspot? Wer dauerhafte Müdigkeit war bei mir mal Verdacht auf Heifasches Drüsenfieber letztlich war es glücklicherweise nur Eisenmangel ja bei Anki ist das auch so das wurde jetzt auch ein Eisenmangel quasi festgestellt vielleicht ist es bei mir auch ein Eisenmangel weil ich esse ja jetzt auch nicht mehr so viel Fleisch wie früher ja und vielleicht hab ich auch einfach jetzt einen Eisenmangel der Inzidenzwert uh nice den hab ich glaube ich noch nicht gehört ja aber ich glaube es wäre generell mal gut zum Hausarzt zu gehen ich war schon seit gefühlt 200 Jahren nicht mehr beim Arzt ok du leave me alone ich würde das Ding da wegmachen Der Sound ist geil für diese Ausgewogene Ernährung Ja I know Also ich meine eigentlich würde ich schon sagen Aber gut ich achte halt null da drauf Was ist in bestimmten Nährstoffen oder in Nahrungsmitteln Generell was ist da so drin was brauche ich Und stell mir das zusammen oder keine Ahnung Mach mir einen Plan Ist jetzt nicht so als würden wir jeden Tag hier nur Pommes mit Ketchup Essen also wir machen ja schon Sehr Abwechslungsreiches Essen und auch immer Viel Gemüse das einzige was halt fehlt Ist Fleisch aber wir essen auch super viel Sachen mit Linsen Zum Beispiel Oder generell irgendwelchen Nüssen und so Gedönse Aber ja ich müsste wahrscheinlich mehr darauf achten Und genauer gucken was Was ist wo drin und wie viel Und reicht das überhaupt Was sag ich was haben wir noch Meine immerwährende Müdigkeit kommt tatsächlich vom Eisenmangel Aber ich tue auch nichts dagegen Daher bin ich selbst schuld Probe Tipps je bunter desto besser Ja also wie gesagt Ich würde behaupten Wir haben schon Relativ buntes Essen Wenn du so möchtest Aber Das Eisen könnte trotzdem fehlen Aufgrund des fehlenden Fleisches Ja genau Ring Hähnchen Ring oder Lang Was ist denn Ring Ach Rind Achso sorry Vielleicht gerade ein bisschen lange Ich habe gerade ein bisschen lange für die Autokorrektur gebraucht Naja Rind Eisennägel Meinst du das hilft Meinst du einfach mehr Ringe tragen Das meinte Parki bestimmt Einfach mehr Ringe tragen Kann ich hier so durch Oder Ne Da muss ich schon von dem Laufband schießen Die wollen dass ich da Vom Laufband rein Reindötze Oh ne Schon wieder so ein So ein Schussmann Aber das ist gar kein Problem für mich Ein super Krabbe Hier kann man gar nichts Oh shit Okay dann lass mal besser den Großen Dude machen Hey lass mich durch Okay großer Dude Mann ist weg Stimmt der explodiert ja noch wenn er stirbt Das habe ich vergessen Oh scheiße Ich bin gefangen Oh daneben So Alternativ am Bügeleisen lecken Da haben glaube ich kein Bügeleisen Pürbiskerne Sesam Hier sehe ich echt immer schön morgens meinen Sesam äh Knäcke Pistazien Äh Pistazien mag ich nicht so Hülsenfrüchte Ja Leinsam War hier hinten noch was Vermutlich oder Oder war hier in Gang Oder glaube ich gerade den Ne Okay Ist nix Absolut gar nichts Petazilie Zwiebeln Milch Und Moindring Ja gut Milch Trinke ich auch nicht so viel Zwiebeln Haben wir eigentlich in fast jedem Gericht Essig Zwiebel Knoblauch Kommi So jetzt sind wir wieder am Anfang Wie geht's hier dringend Alles klar Andi Auf einen schönen Best Sonntag mit dem Kind Und bis zum nächsten Mal Aber ich finde So ein bisschen Zieht der Schwierigkeitsgrad Jetzt auch an Warte Sind wir Ne Da sind wir gerade durch Das heißt Das ist einfach nur Backtracking Achso Bügeleisen Wenn es heiß ist Achso Ich dachte Zwiebeln essen Wenn es heiß Draußen ist Ist das schon Instructions unclear Hätte ich schon falsch gemacht Ich dachte Das wäre jetzt So eine neue Erkenntnis Man kriegt mehr Nährstoffe Wenn es heiß ist Ich genieße die Ruhe Bevor meine kleine Großcousine Die zu Besuch Aufwacht Die kleine Großcousine Was denn jetzt Die große Kleincousine So was ist hier los Achso ich muss jetzt Hier drauf gehen Und dann In den Ofen rein Putzen Wenn ich hier oben bin Der Dungeon ist schon Echt ganz schön groß Muss ich sagen Erst hatten wir Viel in dem Haus Das gemacht Und jetzt haben wir Hier einfach So einen kompletten Bereich Der einfach nur Hier in diesen Komischen Dingen Und stattfindet Können wir hier einmal so schön Durchschießen Dann will ich vielleicht doch Magie skillen Oh wir haben jetzt aber gleich die 800 Seelen Und zwar jetzt Können wir die Waffe nochmal upgraden Bevor irgendwie ein Bossfall gleich nochmal kommt Einmal Waffe upgraden Waffe Stufe 3 500 bis 1 Liter Milch Nee ich hab Ich trinke eigentlich nur Milch Wenn wir Kelloggs essen Und das kommt auch nicht immer vor Wir hatten ja noch hier Kennet Kennet war ja auch so ein Milch Milchexperte Der hat ja auch immer sehr viel Milch am Tag getrunken Ich glaube Ich denke auch deutlich mehr als 1 Liter pro Tag Zumindest von den Erzählungen Aber vielleicht war das auch Quatsch Kelloggs ist auch eine böse Marke Oh Muss mich konzentrieren Haselnussmilch Ich hab die Diese ganzen Alternativ Milchen Hab ich bisher noch gar nicht ausprobiert Also nicht weil ich nicht möchte Aber Irgendwie noch nicht Noch nicht zugekommen Sozusagen Okay Hab ich irgendwas übersehen Irgendwie sind hier gar keine Secrets in dem Bereich Oder ich übersehe alle Ach lustig Hat er hier einfach mein Mein Ding ist zerschossen An Trainingstagen Morgens und abends Sie war jetzt 500 Milliliter Iso-Way-Shake Wenn du pflanzliche Milch ausprobiert Solltest du mehrere testen Gibt da sehr viel geschmacklichen Unterschied Leider Ja das hab ich auch schon Gehört Will do Will do Oh oh Ah hier ist noch eine Tür Können wir nochmal upgraden Danach geht's wahrscheinlich an die An's Eingemachte The Urn Witch Laboratory Wir brauchen Geschmack beim Eisen Wichtig sind die Inhaltsstoffe Ah beim Essen Ups Naja das kann ich nicht Ich hatte so eine Phase von ungefähr zwei Tagen In denen ich dachte ich müsste irgendwie Protein und so zu mir nehmen Damit ich nicht so ein Lauch bin Und dann hab ich einmal so ein Ich weiß gar nicht was es war Ein Schoko-Shake-Gedönse probiert Oder ich weiß nicht Ich glaub es war Schoko Und ich fand das so Ne Kein Interesse Dann bleib ich über ein Lauch So Waffen Upgrade Okay dann gucken wir mal was uns da erwartet Bestimmt ein Boss Fight Oder ist es sogar schon der Kampf gegen die Hexe Oh hier sieht auf jeden Fall sehr groß aus Ah da ist die Hexe You little shit Ich hab mich ja noch gefragt Ist die Hexe jetzt lieb Oder ist die böse Weil erst wurde sie ja böse gemacht Dann kamen so ein paar Sachen auf Wo man das Gefühl hatte Ist sie vielleicht doch gar nicht so böse Wie alle tun Aber Also wer mich einfach little shit nennt Da ist vorbei So geht das nicht Sieht ja knuffig aus Ich find die sieht gruselig aus Und ja Ich find hier im Spiel Hat viel Ghibli Style mit drin Krows never to do What they are told I am trying to save lives here Don't you understand Death cannot see those who have masked their life force within an urn Okay Ich glaub sie ist einfach nur Ich glaub sie hat einen weg I can fool the grim reaper himself You and I have something in common little crow The same employer But goodness We can't have them finding out about everything you've seen Don't worry I'll put your ashes in a lovely urn Oh oh Kampf gegen die böse Hexe Grandma Okay müssen wir erstmal ein bisschen hier den Kampf analysieren Bevor wir losgehen Oder können wir immer einmal schon mal draufschlagen Oh Zwoosh Okay das ist lustig Okay das ist noch lustiger Ah Scheiße Okay ich glaub in der Phase sollte ich einfach weglaufen Oh was passiert jetzt Nein Achso ich kann da durchdashen Lustig auch dieser Oh shit Dieser Rock Einschlag mit in der Musik Aber ich hab das Gefühl ich werd den Kampf nicht schaffen What's Ah ich könnte auch einfach hier so stehen und dann Einfach so ausweichen That will do Ah scheiße Einmal zwei Schläge gemacht Direkt Zu greedy Hat's hier eigentlich auf dem Kopf Ein Topf Notiert You little shit Nicht als Begrüßung verwenden Wie sieht der Hexe aus Shihiros Reisen Zauberland sehr ähnlich Genau ich glaub das hat oder Ja genau hat der Dring auch grad gesagt Äh Und wie hat sie's auch gedacht Erinnert mich an den ersten Boss in Skolomance WoW Der geht auch zurück in den Krug Wenn man Welches man zerstören muss Ich kann mich nicht mehr an Genaue Bosse in WoW erinnern scheinbar Gut Zweiter Versuch Achso ich müsste noch einmal Rip machen Eigentlich Ach scheiße Ich hab das grüne Ding vergessen Ich bin ein Honk Ohi boi Hier kann ich eigentlich erstmal Fat Damage machen Ich gehe hier weg und schieße ein bisschen Die Augen Hier gehen wir einfach auf Abstand Okay Wenn ich sehr nah dran bin Kann ich auch einen zweiten Schlag machen Ansonsten besser nicht Wenn ihr Glück gehabt Hat sie grad selber Schaden genommen Von ihrer Urne Was ist das denn jetzt Eine Phase oder was Uäh Nein An die geschossen Oh kacke Immer geschossen Wenn sie gerade springt Das ist doof Die Augen sind derby Ja Hi Oh doch Boah Bildschirmbacke zu viel Nein Oh Okay Glück gehabt Nein Dammit Dammit Äh nein Man sieht nicht wie viel Leben die Gegner haben Man Du siehst halt dass die So Risse So Risse bekommen In ihrem Kleid jetzt zum Beispiel Aber da kann man nur schätzen Rob Dieses ganze shaky und leicht verschwommene Macht es echt ein bisschen schwierig hier manchmal zu erkennen Wo was ist Nein 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 Oh sie hat eine neue Fähigkeit bekommen Oh Sie hat noch eine neue Fähigkeit bekommen Zwei Linkspunkte habe ich noch Oma wird langsam Zeit für dich Zeit fürs Bettchen Nein Oh ich bin so dumm Das war unnötig Jetzt werde ich auch noch greedy Oh ich denke mal sie müsste jetzt langsam aber sicher platt sein Ja Okay Das war ja aber knapp Aber unsere erste Monster Boss Seele Dankeschön Paki Und ich mach mal eben einmal Einmal Rip Noch Rip Omi Jetzt haben wir die Oma vom Podkorb kaputt gemacht We gather here today To mourn the passing of a woman Known by many names The Witch of Ernst The Ceramic Sorceress Earthenware Enchantress Crockery Crone And of course Grandma Driven by her maternal instincts And consumed by her endeavors To outwit death She filled her life With a passion for magic Reanimation Potions And pots Her journey is concluded And she is now at peace Bow your head in remembrance Pay your last respects F in chat The time in this world is over Ding dong Die Hexe ist tot Die Hexe ist tot Sie ist kein Boot Ding dong So muss ich da jetzt gegenhauen So rip Gran Sagt er das gleich nochmal Scheiße She died as she lived With a pod on her head Ich glaube ich muss da jetzt gegenhauen Nehmen wir mal den starken Schlag Bam Okay es passiert gar nichts Okay dann kann ich wohl einfach nur zurücklaufen Nehme ich an Sind hier noch irgendwelche Sachen zum Versteckt oder so Wie viele Seelen haben wir eigentlich bekommen Ungefähr 300 Scheinbar Okay Dann gehen wir mal zurück Und gucken Was wir jetzt machen müssen Oh Kommt woanders raus Oh Was ist denn hier los Ist mir dieser Dieser Bus nicht aufgefallen Sind wir mit dem Bus angekommen Am Anfang des Spiels Wenn das sei Ist unser Bus irgendwie Vom Weg abgekommen Oh oh Ah stimmt Da fällt mir auf Wir hatten doch diesen einen Bereich Wo auch solche Typen standen Und da war dann so ein Äh So ein Spinnennetz vor der Tür Das können wir jetzt ja auch wegbrennen Hallo Ich bin nur eine kleine Krähe Beachtet mich einfach gar nicht Das ist ein guter Parkplatz Für den Bus Ja okay Vermutlich Oh Der feine Herr World best Lord The Lord of Doors Oh Kein guter Platz für den Bus Upsi Well A Krähe Hello there And how exactly Did you get in here Ah What's the point In having command Over all Of these Of the doors In this world If my servants Never remember To lock them So why are you here I haven't actually Met a Krähe In many many years You still have those Beaks Nice I sense a vast amount Of soul energy About you Little crow Strange It feels oddly familiar to me Oh Is that why you are here You have come seeking a reward Very good job little one Bravo Now Be a good little bird And turn them into Your vault There is no need to bring souls directly to me I have more important matters to attend to Ciao Ciao What are you doing here? Did you find your assignment yet? Wait. You have a giant soul? But it's the wrong one. I can't process that. Or did you manage that? Never mind. Get back out there and find your assigned soul. Okay. Also wir haben die erste Seele bekommen. Giant soul of the urn witch. A powerful witch driven by her maternal instincts. Warte mal. Das haben wir doch schon gelesen. Jetzt hat die Grabfrau gesagt. Das war's neus für mich. I heard a rumor about a crow many many years ago. This crow failed to finish their mission and their door had to be manually removed and put in storage. They say the paperwork was beyond anything they had ever seen before. They had to invent new forms. Three type is passed out of from exhaustion. Oh how I envy them. Weirdo. Okay. Wir haben 300 Seelen. Damit können wir nix machen. Ähm. Die Frage ist. Wo müssen wir weitermachen? Achso. Ja okay. Stimmt. Ja. Alles klar. Ich erinnere mich. Die graue Krähe hat gesagt. Es gab ja was irgendwie im Norden, im Westen und im Osten oder so. Wo wir hinkonnten. Wir müssen jetzt wahrscheinlich backtracken bzw. Wir haben ja ne neue Fähigkeit. Mit der wir jetzt auch schon mal diese ganzen Flammenpötte öffnen können. Wie frage ich jetzt nochmal alles durch, wo wir schon mal waren? Oder macht man das, wenn man alle Fähigkeiten gelernt hat? Weil sonst muss ich das ja jetzt quasi drei oder viermal machen. Mal jedes Mal, wenn ich ne neue Fähigkeit lerne. Achja stimmt, hier war ja gar nix in dem Bereich. Dammit. Remember this from Episode 1, when we had our first boss fight? No, me neither. So. Dafür brauchen wir scheinbar noch, wir werden wahrscheinlich irgendwann so ne Fähigkeit kriegen um mit soem Grappling Hook, um uns von A nach B zu hooken. Und wir sollen immer noch nach einem bestimmten Turm suchen, wo ein Schatz versteckt sein soll. Aber ich weiß nicht, ob wir den schon gefunden haben. Hier ist auf jeden Fall nichts. Da bin ich auch letztes Mal schon reingelaufen. Irgendwie versteckte Tür? Nee. Ei, 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 so. Es könnte aber sein, dass hier so ein paar von diesen Uhren sind, die wir entzünden müssen. Die habe ich immer noch nicht angegriffen, die Dudes. Dude. Oh, da ist zum Beispiel noch ein Eingang, wo wir durch könnten, der noch verschlossen ist. Aber der hängt nicht damit zusammen, dass wir da irgendwie Gegner brauchen, oder? Hier ist glaube ich das Spinnennetz. Ja. Okay, dann können wir hier schon mal durch. Und guten Morgen, Jackie. Hallo. How is you? Wo sind wir jetzt? Achso, wir kommen wahrscheinlich da oben raus. Wir kommen da nicht rein. Wir kommen da raus. Hier sind Spinnen. Wäre schon sehr viel früher hier gewesen, wenn ich nicht so viel Hausarbeit erst gemacht hätte. Na, dafür ist jetzt die Hausarbeit vielleicht komplett erledigt. Okay, wir haben hier graue Eier und weiße Eier. Die grauen sind bestimmt böse Spinnen drin, oder? Aber schon krass, was für... Was für Ori Vibes die Musik hat, ey. Okay. Muss ich denn hier irgendwo durch? Zum Beispiel da ranzukommen? Ne, da kann ich auch runterfallen, aber wenn ich runterfalle, muss ich durch die Eier durch. Kann ich auch eigentlich direkt durch die Eier durch, ne? Wenn wir uns da durchbrennen. Iiiiih! Das sind diese fiesen Ausweichkäfer. Hehehe. Dummkopf. So, 100 Seelen, sehr gut. Dann müssen wir jetzt nach oben und da das Ding anzünden. Jetzt sollte ich auch nicht einfach alle direkt aufschießen. Aber eigentlich machen die auch nichts. So, da geht's theoretisch hoch. Da liegt ein Kompass. Oh. Oh shit, wir kommen noch gar nicht hoch. Außer ich kann irgendwie über die... Ne, das reicht eigentlich doch schon, oder? Das müsste doch passen. So, damit können wir auch da durch. Aber wir können halt auch hier hoch. Gehen wir erst hoch oder gehen wir erst da durch? Ich würde mir aber fast vorstellen, dass wenn wir hier hoch gehen, wir oben raus kommen aus der Tür, wo wir gerade vorstanden. Tada! Okay, schnell wieder weg. Gut, dann springen wir hier nochmal runter und gehen noch den anderen Weg lang. Ist der Weg schneller? Muss ich die ganzen Eier kaputt machen? Ist da irgendwas drin? Kriegen wir da irgendwas? Außer natürlich viele Seelen. Nicht. Hm. Okay. Dann brauche ich hier was zum Heilen. Ach, warum nicht? Scheiß auf. Wir haben noch drei Samen. So, wie können wir denn? Dann müssen wir wahrscheinlich von da drüben irgendwie rüberschießen. Okay, und da drüben müssen wir da die Treppe hoch. Nein! Nein! What am I doing? Aber eigentlich könnte man damit gut Seelen farmen, ne? So, ist die Tür auch offen? Da oben geht es auch noch irgendwie lang. Achso, dann müssen wir da jetzt durch das Tor, kommen da hoch, kommen da vorbei. I see. Fire inside the mountain. Oh, spinnfight. Man muss ja auch sagen, die ganzen Gegner hier kommen ja auch aus so Türen raus, ne? Das hat doch bestimmt irgendwie einen Zusammenhang. Oh nein, ich bin genau reingerollt, das ist ja dumm. Multiversum. Ich habe halt so ein bisschen, oh Grünschleime. Ich habe so ein bisschen die Behauptung, also oh nein. Ich habe ja so ein bisschen die Behauptung, dass der Mann ist ja scheinbar böse, bei dem wir auch gerade waren, der Chef des Ganzen hier. Der ist ja scheinbar auch nicht so ohne. Aber könnte doch eigentlich auch dann Sinn machen, dass der uns theoretisch auch hier durch diese Zaubertüren auch Gegner schickt. Eine Wiesenspinne mit Spinnen am Po. E-Level-Fire. Fort Lase-Ex. So, Kampf geschafft. das ist einfach ganz normale pflanzen ganz normale pflanzen ok und das alles nur für den kompass was der kompass wohl macht da geht es auch durch aber geht es da? ne da unten geht es scheinbar gar nicht durch kann das sein ach doch müssen wir aber runter droppen machen wir vielleicht erst das wo wir nicht runter droppen müssen ah ok hier brauchen wir also den greifhaken für nein da müssen wir nochmal rein irgendwann später bin echt am überlegen ob ich mir vielleicht langsam aber sicher mein notizheft zücken soll können wir doch eigentlich mal eine seite anlegen für devstore und uns sachen notieren die wir in zukunft noch machen müssen damit ich die nicht vergesse so viel zeit muss sein ok dev oh hast du den ersten schreibfehler devstore also wir haben spinnenhöhle da brauchen wir reifhaken fragezeichen ah nee warte mal wir brauchen sogar auch hier was für diese wand wand wandzerstörung das sind denke ich mal noch zwei skills die wir auf jeden fall bekommen werden einmal dass wir uns von diesen komischen weiß nicht ob das ein anker sein soll oder kreuz so weiß ich nicht dass wir uns von kreuz zu kreuz hangeln können und dass wir diese stein mauern kaputt machen können das sind zwei geschichten die wir noch kriegen müssten später im späteren spielverlauf aber hier kriegen wir jetzt den kompass ach so das ist aber wieder nur so ein alt sammelitem oh nee das bringt uns wahrscheinlich gar nichts you found an old compass it occasionally twitches and turns of its own will of its own whims it's clearly very old perhaps the magnetism inside it has mostly worn away ach kacke ok das ist ja nur ein sammelitem schade ich dachte wir kriegen jetzt irgendwie so ein secret find irgendwas item aber gut äh andere frage ach nee scheiße ich muss da oben lang Gott sei Dank komm ich hier wieder raus aber wir haben ja hier den shortcut gefunden irgendwo hier glaube ich soll man da die ecke noch wegbrennen wo wir schon mal hier sind hier war nur die seele ne gut gut so ich brauche aber auch nur noch zwei hits für diese helmen filmmänner oh hier ist der zweite turm glaube ich das könnte der turm sein von dem die rede war wo was versteckt ist aber wie kommen wir da rein diese zwei dinger hier sehen auch irgendwie aus als wäre hier noch irgendein flammenrätsel versteckt dafür vielleicht auch diese vorsprünge theoretisch müsste ja hier der gang sein wo wir gerade rein sind genau ok hier haben wir aufgehört hier sind wir reingelaufen dann gucken wir noch eben schnell hier was hier abgeht ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern was hier los war guten morgen oh nee hallo na gut geschlafen naja hier war auch so ein mega langer weg ne gehen wir vielleicht doch erstmal hier unten lang ein bisschen backtracken mal wie kommen wir denn da drauf von hier kommen wir nicht drauf wieder auf die brüstung springen von der brüstung kommen wir auch nicht runter sollen wir von der brücke darüber schießen das wäre möglich ne da war der schlüssel ganz ok gucken wir mal ob wir hier irgendwie na guck mal da war ja auch noch so ein ding aber da ist wieder dieses komische kreisdängsel am boden das hat ja auch noch irgendwas ich habe ein paar ältere damen geweckt die vor unserem haus angefangen haben sich zu unterhalten ach ja du hast du gehört der jochen der hat ja letztens hat er ja ne weiß wie ich mein ok wir versuchen jetzt mal aber das scheint zu hier scheint zu hoch zu sein kann das ok das war ein schuss mit x das trauma wird direkt getriggert hast du gehört der jochen glaubst nicht was der gemacht hat ne so sprechen die leute bei euch nicht können wir denn hier irgendwie rein ist irgendwie aha you found an undying blossom its stagnant aura is telling of the strange state of this island okay wir haben wieder nur ein dingsel item gefunden wir haben noch den ach ja den ring this ring belonged to the urn witch a gift from her late husband it dates from a time long before you were even an egg it seems she may have had to remove it because of her constantly swelling body such are the risk of living beyond your years so du 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 das haben wir schon gelesen but mainly appears to be drawn to death's door rather than pointing north it must have belonged to an explorer who was searching for the legendary door war das eigentlich krabbel von meinem fenster nein undying blossom this flowers petals are soft and delicate yet its appearance is withered and gray as if it were both a life and death a dead the forces that resonates through this place seem to allow life to continue even beyond its natural point of conclusion this is a scale model of the doors originally used by the reapers this version of tech of the technology was quite inefficient requiring numerous numerous raw souls to power it it was eventually replaced by the newer models we see today okay man ein bisschen bisschen krähen geschichte hier man wir haben so wenig lebens und magie container bisher gefunden das ärgert mich ein bisschen aber wir haben jetzt den schatz gefunden das ist ja schon mal was muss ich nur gerade überlegen wo wollten wir jetzt noch mal lang und können wir irgendwie das ist aber ein bisschen sehr weit hergeholt kann das sein wenn wir irgendwie von hier versuchen rüber zu schießen können wir überhaupt hier rüber schießen also den das geheimnis im turm haben wir schon mal gefunden das ist gut ging es jetzt hier noch mal lang da sind wir gerade her gekommen da sind wir gerade lang jetzt zum summit das heißt wir sind jetzt eigentlich gerade auf dem weg zurück hier war glaube ich genau hier war so ein ding was wir noch entzünden konnten aber wenn wir die fähigkeit noch nicht hatten das war übrigens da rechts also jetzt direkt über mir gerade dass dieser andere turm in dem turm stand halt ein schild wo stand ich habe einen zwilling und da findest du einen schatz oder so deswegen sind wir gerade so zielgerichtet in diesen anderen turm gegangen okay da unten ist ein schrein das ist vielleicht sogar der weg ist schon in die nächste area kann das sein kann mich leider nicht mehr erinnern ob in dem kleinen video gezeigt wurde dass wir da durch so eine tür müssen okay hier brauchen wir aber stein stein kaputt machen die frage ist jetzt halt wie notiere ich mir das weil wir keine karte oder so haben startwelt links oben und guten morgen party auffälliger höhleneingang runter an zerstörung ja hallo party wie geht es dir heute und ich hatte ja gestern noch geschrieben ich wollte mich ich fühle mich ein bisschen schlecht weil ich gestern gar nicht auf seine auf deine nackenschmerzen weiter eingegangen bin ich hoffe es geht deinem nacken besser und ähm ja ich hoffe es war irgendwie nur so von verlegen oder sowas und kein weiß ich nicht arbeitsunfall oder irgendwas schlimmeres okay ich glaube hier geht es aber in die neue area rein jetzt die frage ist das jetzt ein secret oder ist das die neue area vielleicht gehen wir nochmal zurück und drehen nochmal mit der grauen krähe die will bestimmt eh mit uns sprechen weil wir jetzt die erste große seele haben und dann kann die uns auch sagen in welchem bereich wir als neuer nächstes gehen sollten aber gut dann haben wir das hier auch dann können wir da noch weiter da wärme drauf muss medikamente zum muskel relaxen nehmen ok aber ist das dann irgendwie weiß ich nicht beim sport oder irgendwie falsche bewegung gemacht oder einfach so classic beim schlafen doof gelegen und mit mal schmerzen des todes Weiß nicht woher die kommen ok Ich meine manchmal habe ich das auch wenn ich wirklich richtig kacke scheinbar gelegen habe dass ich dann manchmal so ein zwei tage irgendwie schulterprobleme habe hatte ich jetzt zum glück länger nicht mehr aber Was kommt schon ab und zu mal vor Was war denn hier noch war hier irgendwas Ok stimmt in dem komischen hexengebiet waren ja auf jeden fall auch noch ein paar sachen Aber das hier könnte halt auch irgendwie der gang ein gang sein aus dem hexenlevel Auf einmal dienstag abend ok Oder hast du wie so ein äffchen auf dem stuhl gehangen oder so Wie haltung annehmen Ich kann nicht noch mehr haltung annehmen ich sitz schon fast gerade Reden wir hier über irgendwelche nackenschmerzen und dann krieg ich direkt hier so ein haltung annehmen reingedrückt Habe ich eigentlich gerade getrunken ja ne habe ich Achso hier war die grabfrau Mit den masken aber masken haben wir scheinbar noch keine gefunden Ich habe mr knie schon lange nicht mehr gesehen darf ich ja nicht Hello again reaper How goes your adventure I am still searching for an answer to my own predicament Why can I not die I lost a dear friend long ago and buried him under the moon's light Ever since that day I have felt a piece of myself lost I wonder if I could ever feel whole again Haben wir schon irgendwo mondlicht gesehen Genau mr knie ist schlecht für die haltung Ich vermisse mr knie mr knie wird zurückkommen stärker denn je mr knie war sexy So Oh hier ging es ja runter Ich dachte das wäre eine Brücke Hier war doch auch noch so eine Seele aber da kam ja auch nicht hin Auch wieder so ein Kreisdingsel Sollte ich mir die eigentlich auch notieren oder Weiß nicht Wie er es immer im Bild geschmuggelt hat Gut dann können wir jetzt zur grauen Krehe gehen die müsste ja hier noch rumstehen Ich sag die Tür Hat die Tür irgendwie ein neues Symbol oder so Okay There a self-proclaimed king reigns over the ruins of a flooded cathedral, tormented the denizens of the forest. Okay, wir sollen also in den Osten gehen. Dann gehen wir in den Osten. Ich habe zwar gehofft, er zeigt mir auch nochmal den anderen Gang. Aber gut. Egal. Ich könnte halt auf jeden Fall noch, ich müsste irgendwann nochmal zurück in das Hexenlevel auch gehen. Weil im Hexenlevel ist definitiv auch Overgrown Ruins. Im Hexenlevel sind auch noch Sachen, die wir nicht machen konnten. Aber da war auch viel mit diesen Wänden, die wir nicht durchbrechen konnten. Vielleicht sollten wir erstmal... Und ein kurzes Moin auch an dich, Terael, hallo. Ich hoffe, you're well. Aber hier unten ist ja auch noch irgendwie eine Brücke. Oder ist das die Brücke? Kommen wir zu der Brücke, wenn wir da jetzt weiter drangehen? Okay, da haben wir auch wieder so eine Einbruch-Tür. Der war ziemlich so aus, als würden wir gleich da den Weg lang kommen, wo wir gerade waren. Okay, da ist ein Vorstuhl. Und hier ist der Shortcut. Äh. Short, du, Kateru. Die Frage, war jetzt hier oben noch irgendwas? Außer die Seele, das komische Ding wieder. Oh, da ist noch eine Seele. Oh, da ist so ein Greifhaken-Ding. Da oben. Da ist noch ein Greifhaken-Ding. Da müssen wir quasi von der Brücke uns da... Ja, da müssen wir uns von der Brücke von... Von Ding zu Ding haken. Ich meine, wir könnten auch einfach runterspringen. Aber wenn wir oben hinwollen, müssen wir den Greifhaken nutzen. So wird es wahrscheinlich sein. Ich vermute mal, in der zweiten Welt jetzt kriegen wir dann die Fähigkeit... Diese Steinwände kaputt zu machen. Was uns da wohl für Gegner erwarten. Ich bin so aufgeregt. This way to the overgrown ruins. Müssen wir hier noch das Ding irgendwie ins hin? Wahrscheinlich, ne? Um den Fahrstuhl zu rufen. Äh, okay. Äh. Never skip Black Day. Würde ich sagen. Zum Teufel ist das? Ah, eine kleine umgedreht hängende Schweinennase. Schon ein bisschen cute. Aber die Farben sind ja auch schön. Hallo. Ich bin's, die kleine Krähe. Die Bäume hier, die Blätter haben fast ein bisschen was von dem, von dem Zelda-Remake. Links Awakening. Die Riesentür geöffnet. Da ist noch eine versteckte Seele. Ich weiß nicht, ob es ein Hai war. Ich habe eher das Gefühl, das ist vielleicht eine umgedreht hängende Fledermaus oder so. Ich vermute mal, dass dieses Bild, was da oben ist an dem Dach, dass das das gleiche Wesen ist, was da auch hängt. Vor allem daher habe ich gerade so ein bisschen irgendwie Schwein, Fledermaus, Flederschwein, irgendwie sowas. Vibes. Aber es sieht auch ein bisschen aus wie ein Hai, das stimmt schon. Okay, wir können wahrscheinlich noch nicht schwimmen. Das Game ist echt interessant. Also der Stil ist halt auf jeden Fall schön und die Story ist bis jetzt auch eigentlich ganz cute gemacht. Ah, da ist auf jeden Fall die Kiste für unsere nächste Fähigkeit, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen auch noch schwimmen lernen. Oder das Wasser abdingsen. Wahrscheinlich eher das Wasser abdingsen. Overgrown Ruins, East of the Door. Mal sehen, was jetzt hier für Gegner kommen. Hier können wir schon nicht durch. Pflanzengegner. Da haben wir eine Tür. Eine fressende, krähenfressende Pflanze. Moin, Kramschi. Ein Gigabyte verbraucht. Ich würde dir zumindest vielleicht, wenn du möchtest, vielleicht stellst du von 1080p, falls du noch nicht hast, das runter auf irgendwie, weiß ich nicht, 480 oder so. Damit du nicht so viel Datenvolumen verbrauchst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann gar nicht so lange brauchen werden, bis wir diese Fähigkeit bekommen, zum Wände kaputt machen. So viele kaputte Wände, wie hier schon angezeigt werden. Hast du schon? Okay. Ich habe aber 10 Gigabyte zur Verfügung. Okay. Hallo, Waldmann. Oh, Forest Child. Hoppsa. Yes, Ruth. You used to lead to the swamp, but the frog king blocked it up. If you were strong like mother, you could probably break it down. Aber wenn ich so strong bin wie Mother, kann ich dann vielleicht auch die Grabfrau erlösen? Oder ist die Grabfrau vielleicht sogar seine Mutter? Die Frage, die ich mir gerade ein bisschen stelle, ist, wo geht es weiter? Soll ich das Ding hauen? Ah, okay. Sind ja nur noch 6 Tage, stimmt. Ich denke mal, gerade in Zeiten von Corona ist es schon irgendwie schwierig, überhaupt Internet-Datenvolumen zu verbrauchen, oder? Irgendwie die meiste Zeit in WLAN. Ich glaube, seitdem ich hier in Hamburg bin, hatte ich vorher öfter natürlich für die Fahrt zur Arbeit und auf Arbeit irgendwie. Wobei, da war ich ja dann auch im WLAN. Berufsschule war dann noch so eine Sache in der Zeit, wo man dann irgendwie Videos geguckt hat oder so. Aber irgendwie, seitdem ich hier in Hamburg bin, verbrauche ich bestimmt irgendwie 300 Megabyte pro Monat. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie der Tarif ist. Also bei mir ist das, glaube ich, auch nicht vom 1. bis zum letzten Tag des Monats. Ich glaube, bei mir ist irgendwie vom 5. bis zum 5. oder so mein Datenvolumen. Oder 6. oder so. Aber Jackie meint wahrscheinlich, dass dein Datenvolumen in 6 Tagen zurückgesetzt wird. Wo du deswegen all-in gehen kannst. Ja, ich habe, glaube ich, auch 3 Gigabyte. Bin mir aber nicht sicher. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das überall so ist mit Monatsanfang, Datenreset. Bei meinem ist das, glaube ich, wirklich so. Bei dem Zeitpunkt, wo ich das, äh, bestellt habe. Bin mir aber auch nicht sicher. Hallo, geh mal kaputt jetzt. Geht das Ding überhaupt kaputt? Oder muss ich mit dem irgendwie hier die Mauern kaputt sprengen oder so? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Aha. Aha, 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 aha. Apropos August, gerade. Ich gebe euch heute mal einen Zeitraum durch, wenn ich in Hamburg bin. Okay. Oh. Fürs Auto lade ich Musik runter. Ja, das habe ich auch mal so gemacht. Exacto. Okay, das heißt, wir können theoretisch mit dem Ding. Könnte aber super schnell sein. Achso, da ist ein anderes. Okay. Ich denke mal, das hier werde ich alles nicht schaffen zu zersprengen. Mit dem Vieh zumindest nicht. Au. Hatte ich hier noch so ein Heilteil? Nee, ne? Ja, also bei mir war es halt hauptsächlich die meiste Zeit, wenn ich Internet oder Datenvolumen verbraucht habe, war zum einen, als ich noch Berufsschule hatte, weil wir da dann keinen WLAN hatten. Oder halt die Fahrt dahin und so und zurück. Und eine Sache, die mir immer super oft passiert ist, dass wenn ich dann bei mir zu Hause mal Internetausfall hatte und das irgendwie das WLAN nicht ging oder so, dass ich dann auf mobiles Datenvolumen geswitcht bin, temporär, aber dann vergessen habe, dass ich auf mobilen Datenvolumen bin und dann irgendwie zum Einschlafen oder so noch schön YouTube-Video geguckt. Und dann am nächsten Morgen, dann bis zu meiner Datenvolumengrenze, die ich eingestellt hatte, alles weg war. Und das ist mir auch komischerweise häufig, am häufigsten passiert, wenn gerade Anfang des Monats war. Und wenn du dann den Rest des Monats so mit 500 MB irgendwie noch zurechtkommen musst. Sad Times. Hier könnte ich mich eigentlich mal heilen. Fällt mir gerade mal so auf. Das ist wie mit dem Geld. Zu Beginn des Monats leben wir ein König und ab Woche zwei nur Nudeln mit Soße essen. Okay, das kenne ich zum Glück nicht. Dafür bin ich ein viel zu großer Rältskragen. Das könnte mir, glaube ich, nicht passieren. Außer ich hätte wirklich sehr wenig zur Verfügung. Eine super Barrio-Feuerpflanze. Typisches Studentenleben. Ja, davon habe ich keine Ahnung. Never been there, never done that. Zwei, zwei Feuerpflanzen. Ich mache halt nicht so viel Damage wie mein Schwert. Als ich noch meine Ausbildung in Stuttgart gemacht habe, habe ich mich auch nur von Käsetoast ernährt. Ja, ich hatte vermutlich den Vorteil, dass ich in meiner Ausbildung... Ausbildungsbeihilfe oder so bekommen habe. Aber ich auch generell so gut wie keine Ausgaben habe, eigentlich. Ach nee, Berufsausbildungsbeihilfe hieß das. Auch wenn ich da nicht sonderlich viel bekommen habe, weil meine Eltern, zumindest von dem Zeitraum, wo das dann irgendwie berechnet wurde, zu viel verdient hatten. Wenn ich das Geld dann eher von meinen Eltern hätte bekommen müssen, aber dadurch, dass ich so weit von meinem... Also dadurch, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, bei meinen Eltern zu wohnen und so. Weil ich so weit weggezogen war, habe ich dann trotzdem ein bisschen was bekommen. Du denn, Fünffvieh. Guten Morgen, Schatzi. Ja, genau. Hör mal, kann ich hier runterjumpen? Nee. Achso, ich könnte mich von da unten, hätte ich mich wieder mit dem Greifhaken rübergreifen können. Hier hat mein Schatzi geschlafen. Bist du erholt? Ausgeruht? Hier könnte man runterjumpen. Will ich aber nicht. Oder sie verdienen zu viel und unterstützen dann nicht. Ja, das kann, kommt natürlich auch dazu. Wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Ja, den Spruch kenne ich auch. We used to explore the dungeons, but the forest sealed them up. Was soll denn hier? Was soll denn hier? Marshmallows? The frog king set on my brother until his inside became his outsides. Okay. Oh, das ist ein großer. Be careful. Some plants may look delicious, but they think the same about you. Viele Macher sollen Gravi als Synchronsprecher einstellen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das Problem, Größe, ich hab da öfter schon mal drüber nachgedacht, aber was ich mir immer dachte so, ich kann mir wahrscheinlich nicht merken, wie ich die Stimme gesprochen hab. Das wird sich immer ändern, die wird sich immer unterscheiden vom ersten zum nächsten Mal. Forest Mother. I've not seen your type in this land for a long, long time. You're probably here to see your friends in the depths below. I'm sorry, but the forest itself sealed the gates to the dungeons many moons ago to keep us safe. I could speak with her and perhaps sway her to open the gates for you. But we conversed in song and sadly, I have lost my magic horn. I left it in the old camp to the north. Alas, we were driven from there by the Frog King's henchmen. If you return it to me, I am sure we can help you on your journey. Okay. Horn holen. Hello, fairy person. I'm hard of hearing, so you will have to speak up. What? Horn? His mother stopped playing her music. Horn? Oh, okay. Barb the Bard. Hey there, you look like a fellow traveler. What brings you here? Did you come to learn the music of the forest children as well? What a shame. It is that the forest elder lost her horn. I hope she finds it soon, so I can hear her beautiful melodies. I'm not sure if the character was männlich or weiblich, but good. So, we have another shortcut. Shortcut. Oh Gott, so viele Wege. So, da können wir uns da hochgreifen lassen. Okay, we see. Vielleicht sollte ich nach Norden gehen, ne? Nicht hier runter. Aber egal. Dann können wir hier nämlich schon mal einen Shortcut machen. Dann können wir hier noch einen Shortcut machen. Wo waren wir hier? Hier waren wir... Okay, da kommen wir direkt da hoch. Ja, ich glaube, zu der Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was an Kindergeld bekommen, meine ich. So. Habe ich gerade die Feuer, den Feuerschuss zurückgedingst? Kann ich alle Geschosse zurückschießen? Bis 25 kriegt man Kindergeld? Kann sein, ja. Ich weiß nicht genau, wie lange. Aber ich habe auf jeden Fall noch welches bekommen. Also war auch nicht viel, aber... Immerhin, das hat auch geholfen. Alles zusammen hat dann halt geholfen. Das bisschen, was ich vom BAB bekommen habe, das bisschen vom Kindergeld. Und das hat dann auf jeden Fall ausgereicht, dass ich... Dass ich nicht nur Käsetoast essen musste. Sind wir eigentlich diesen Weg da schon hochgelaufen? Nee, ne? Wir sind einfach geradeaus weiter gelatscht. Ich hatte bis 24 bekommen. Und guten Morgen, Möpoh. Hallo. Das ist ja auch was, ne? Der Picky war vor Möpoh da. Der Möpoh war vielleicht laufen oder so. Ist die Frage, wollen wir noch da in diesen Gang mal reingucken? Da ist doch bestimmt irgendwas super cooles drin, oder? Ach nee, warte, da ist... Da sind Ranken vor. Das ist gar keine Treppe. Ich dachte, das wäre eine Treppe. Achso, und da müssen wir durch. Dafür muss uns aber erst die komische Waldfrau den Weg freimachen. Ah, okay, ich habe verstanden. Ey, genau. Hi, Picky. Okay, Möpoh war also nicht laufen, er hat einfach nur lang geschlafen. Eieiei, der Möpoh, ne? Ah, gut, sei ihm gegönnt. Einmal. Sind wir zum Kindergeld bis 25 oder Ende der ersten Ausbildung? So. Wo muss ich denn hier noch? Wo ist denn hier? Ihr müsst da doch irgendwo... War hier nicht so ein... War da hinten, ne? Das ist viel zu weit weg. Dem kann ich nicht da hinten die Wand kaputt schießen. Putz. Alter, wir haben 1000 Seelen. Wir können einen Waffen-Upgrade Nummer 4 machen. Oder 5 oder so. Weiß ich gar nicht. Wo wir gerade sind. Was ist hier los? This way to the forest settlement. Okay, da waren wir schon. Oh, so viele Wege. Bei mir war es ja so, dass meine Eltern mich während meiner Ausbildung unterstützen wollten, aber gleichzeitig sich immer beschwert haben, wie viel Geld die für mich ausgeben. Deswegen habe ich parallel auch immer gearbeitet. Ja, das ist dann auch nervig, wenn du dann auch die ganze Zeit die Vorwürfe bekommst. Hast ja auch keinen Bock drauf, das Gelaber. Ja. Also, will ich jetzt erst da durch die Tür durch oder? Ne, ich glaube, ich will erst durch die Tür durch. Ja, damit. Noch ein Shortcut. Mano, so viele Shortcuts. Das kann sich doch niemand merken. Hallo, wo ist da jemand? Und ich zweifle echt ein bisschen an meinen Entdeckungsfähigkeiten. Dass wir bisher noch keine weiteren Lebenspunkte und so bekommen haben. Ich habe, glaube ich, erst einen von diesen Lebenskristallen gefunden. Und zwei von den Magiekristallen. Ich würde meinem Kind auch nur die Fixkosten wie Miete und Co. übernehmen. Fürs Essen darfst du dann gerne einen 450-Euro-Job machen. Ach, keine Ahnung. Habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Was, warte mal. Hier ist doch... Guck mal, hier ist doch eine Treppe nach oben. Also, auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal eine Tür finden, werden wir auf jeden Fall mal unser Waffen-Upgrade holen. Weil wir haben gerade 1200 Seelen. Quasi alle Seelen, die man haben kann. Und ich habe ja immer noch nicht so ganz rausgefunden und verstanden, ob man jetzt Seelen verliert oder nicht, wenn man stirbt. Okay, wieder ein Shortcut. Guck mal, war jetzt da oben noch was? Nee, ne? Da waren wir durch. Wir müssen halt wahrscheinlich jetzt erstmal den ollen Froschkönig besiegen, damit es weitergeht. Hier sieht schon ziemlich Froschkampf-arealisch aus. Nein. Vielleicht sind hier ja noch ein paar Shortcuts. Hehe. Hehe. Ich muss aber auch langsamer aufs Klo, ey. Hat mich noch vorhin noch jemand einen Wassermarsch eingelöst? Nee. Okay. Aber kommt jetzt bestimmt. Super verliebt in den Rahmen, wie er da rumrollt. Dankeschön, Schatzi. Danke. 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 Schaff ich's denn noch, bis Streamende durchzuhalten? Obwohl, ich's gar nicht mehr so lang mehr. Okay, das schaff ich noch. Dann ist es schon wieder vorbei. Dann müssen wir schon wieder bis Donnerstag warten, bis es weitergeht. Guck mal, diese Streamer, die so wenig streamen. Können wir jetzt noch so einen Bossfight machen? Gegen das, was vielleicht da in der Mitte kommt. Guck mal, dieses Streamer mit einem Leben. Was? Hast du gerade gesagt, ich habe ein Leben. So, Shortcut. Shortcut Nummer 387. Hä? Achso, hier geht's auch noch hoch. Da ist so ein Reliktdingsel. Vielleicht sollte ich da doch mal runterhüpfen. Wie hier denn schon? Nee, ne? Graber hat doch schon drei Leben laut RIP-Counter, stimmt. So, oh nein, schon wieder ein Magical Crystal. Ich will Lebens-Crystal haben. Warum kriege ich denn immer nur Magic-Crystals? Wo sind wir hier überhaupt? War ich hier schon mal? Ja, muss ich ja. Habe ich ja Dinger kaputt geschossen. Oh shit, muss ich jetzt den ganzen Weg irgendwie wieder laufen? Habe ich jetzt irgendwie... Na ja, war's bestimmt worth. Worth it. Worth it. Ah, da hinten ist auch noch irgendwas. Oh man, eh. Die Welt ist viel zu groß. Bin ich klein. Die Welt ist nur zu groß. Nee, warte mal. Ich glaube hier oben ist Kürzung, ne? Oh, ich muss schon ganz schön doll auf Toilette jetzt. Wir gehen jetzt mal kurz in den Kreis rein, gucken, ob wir angegriffen werden. Hallo? Hallo, hallo? Nee, bleiben wir nicht. Ah, danke. Danke, Lee, für deine Punkte für die Community-Abend. Da ist noch ein Samen. Können wir noch einen sammeln? Da ist wieder ein Shortcut, was ist hier? Ah, wieder in die Stadt wahrscheinlich, ne? For a settlement. Äh, das kann man von hier unten aufsammeln? Okay. Nein, ich habe keinen Schüssel mehr. Ich habe den Schuss nicht gehört. Genau, wenn ihr diesen Clip noch nicht kennt von Anki, der süßeste Clip ever created. Hört euch den noch an. Aber dann kommt wieder zurück. Nicht weggehen. Oh, hier ist wieder irgendwas Shortcut-mäßiges. Da ist ein Shortcut. Die amount of Shortcuts in this game is too damn high. Okay. Nun. Da ist noch ein Shortcut. Aber wo geht es denn jetzt lang? Habe ich jetzt verpasst, wo es lang geht? Oder ging es rechts hoch? Wahrscheinlich ging es rechts hoch. Aber es sieht so aus, als müssten wir bis zum nächsten Mal warten. Achso, da kann ich den Dings hoch. Jetzt müssten wir bis zum nächsten Mal warten, bis es irgendwie gegen den Froschkönig geht. Da könnten wir theoretisch rüberhucken, haben wir aber noch nicht. Ich frage mich aber halt auch so ein bisschen, wollt ihr alles auf dem Stream sehen? Auch Backtracking. Oder soll ich Backtracking Offstream machen? Aber das ist wahrscheinlich, finden wir nachher irgendwelche Sachen, die wichtig sind und dann kriegt ihr das nicht mit. Das ist auch blöd. Ich will das Ende von Shorthike sehen. Ende von Shorthike kommt noch dieses Jahr. Ja, es wird natürlich jetzt, also wird wahrscheinlich erst frühestens kommen, wenn ich hier Deathstore durch habe oder abgebrochen habe. Ich glaube nicht, dass ich das dazwischen schieben werde. Aber mal sehen. Vielleicht habe ich auch irgendwann eine Zeit für einen Bonus-Stream oder so. Oh oh. So, Hilfe! Hehe. Spawn-Kill. Spawn-Kill. Der wird aber ziemlich sicher vor dem nächsten Korpschen mit Draw Heroes kommen. Heroes mit den großen Ohren. Das weiß ich nicht. Vermutlich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist halt jetzt, dadurch, dass ich das jetzt als Let's Play sozusagen angefangen habe, würde ich das glaube ich auch durchziehen wollen. Außer es kommt halt irgendwie was dazwischen oder ich habe keine Lust mehr auf das Spiel oder so. Und brauche eine Abwechslung, Pause. Whatever. Aber dann ja, ansonsten würde ich jetzt schon erstmal versuchen, das Spiel ohne Unterbrechung durchzuziehen. Okay, das heißt, wenn ich da rüber, wenn ich das weg machen kann, wenn das weg ist, dann kann ich den von hier anschießen und da das Tor aufmachen. Aua! Ich habe gegen mein Buch gehauen. Ah, kriegen wir denn noch irgendwie einen, warte mal, woher sind wir jetzt, von da sind wir gekommen. Das war hier? Wollen wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Da ist wieder Shortcut Time. Da ist Heil Time. Also ich muss halt sagen, oh, da ist das Horn. You got the horn. Mother will be pleased. Ich finde halt, dieses Gebiet hier fühlt sich jetzt quasi wieder so an, wie das Gebiet, was wir ganz am Anfang hatten. Also wie ein quasi, ja, irgendwie komplett neuer Bereich in dem Sinne. Wo wieder so Außenerkundungsgedöns ist, bevor wir dann wieder in den Dungeon kommen. Da wieder Gedönse machen. Also ich würde das hier fast als Welt 2 bezeichnen gerade. Wobei, eigentlich nicht nur fast, ich würde es als Welt 2 bezeichnen. Warum steht hier so ein Dingen? Wollte ich das irgendwie hinkriegen? Ich habe nichts mehr gebraucht. Ei, ei, ei. Schon wieder? Geht hier wieder ein Gate zu? Oder warum sieht das so komisch aus? Geht hier, weil es hier einfach zu einem Secret geht. Okay. Ich würde dann aber fast sagen, dass wir jetzt hier das Horn abgeben gehen. Und dann... Und dann... Vorausgesetzt, ich finde das Settlement nochmal. Okay, der Vogel zeigt mir nach da. Ah, da ist er schon. Ah, wie habe ich die nochmal gesprochen? Oh, mein Horn. Oh, mein Horn. Danke, Feathery friend. Und dann... Ich habe mir nicht sicher gesehen. Die Land hier ist noch nicht mehr安全. Nichts, dass der King der Swarm aufgehört hat. Aber es ist so ein Rennstück, dass ich mein Horn wiederholt habe. As I promised, I will converse with the forest and we shall see if she hears your plea. Is she playing already? I can't hear shit. Wahrscheinlich ist der taub, weil er immer da direkt neben dem Horn stand. Vielen Dank für diesen Song. So, dann reden wir vielleicht nochmal wieder. But please, be careful. She does not control those things within her, which are corrupted. Achso. Haben wir denn hier eventuell nochmal so eine Tür zum wieder zurückkommen? Aber ich kann mich nicht erinnern, wo unsere letzte Tür war. Aber wahrscheinlich haben wir wieder eine neue Tür. Aber wo war jetzt nochmal dieser Eingang? Ah, ich bin so verwirrt. Das ist jetzt so viel. Es ist einfach zu große Welt. Ich kann mir das nicht alles merken. Ob hier unten. Eventuell ist hier einfach ein Speicherdingen und eine Tür drin. Mushroom Dungeon. Oh, ist tatsächlich der Dungeon dann. Nice. So, dann können wir hier nämlich durch die Tür gehen. Haben wir auch gespeichert im Vergleich zum letzten Mal. Müssen dann nicht die Sachen nochmal neu machen. Hier rechts ist scheinbar dann der ganze Bereich, wo wir uns gerade aufhalten. Das müssen wir uns dann auch merken am besten. Oder wir gehen gleich nochmal durch die Tür durch, bevor wir abziehen. Okay, wir haben jetzt das Horn noch gefunden. Wir haben eine Blume, den Kompass auf unserem Tisch. Und es ist auch schön, dass das alles farbig ist im Vergleich zu der trostlosen Welt hier. So, dann können wir noch einmal für 1000 unsere Stärke upgraden. Und wir könnten theoretisch für 400 nochmal den Borgenspeed vielleicht machen. Also das ist unsere, nicht Bogenspeed, sondern der Damage von Magic und Range Abilities. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Okay. Damit wären wir am Ende der dritten Folge angekommen. Es tut mir leid, ich würde gern weiterspielen, aber die Zeit, das Frühstück wartet. Wir sehen uns dann also am Donnerstag wieder. Mit Folge 4. Ich sag schonmal tschüss YouTube. Bis zum nächsten Video. Dank fürs Zuschauen. Und dann verabschiede ich noch den Twitch Chat. Bis den Sinn. Bis denn. Bis zum nächsten Video.